hallo filmfreunde willkommen zurück auf meinem kanal filme vor live ja am vatertag hat media mal wieder die bombe platzen lassen und sie haben uns vier neue titel im media book angekündigt zum einen eaten alive und auch man eater wurden ja schon vor längerer zeit angekündigt aber was jetzt neu war war zum einen after death beziehungsweise zombie 4 und killing birds beziehungsweise zombie 5 ja der obere titel also zombie 4 stammt aus dem jahr 1989 obwohl die primäre in italien tatsächlich erst 1990 war und die regie führte claudio fragasso der film wurde sogar in deutschland 1990 indiziert und sogar 2011 wurde dann noch mal die dvd von laser paradise indiziert aber 2015 gab es dann in deutschland eine deindizierung und killing birds beziehungsweise zombie 5 stammt aus dem jahr 1987 und ja das ist ein bisschen komisch zombie 4 ist erst nach zombie 5 entstanden aber man merkt hier schon die titelschmiede war wieder am werk und man wollte halt auf die zombie welle von dawn of the dead voodoo day of the dead und so weiter aufspringen und hat dementsprechend alternativ titel gewählt um halt mehr leute ins kino zu ziehen ja regie führte hier claudio latanzi allerdings war das ganze so ein bisschen ja da gibt es ein paar schwierigkeiten weil andere vor allem die darsteller meinten eher dass eben joe damato selbst die regie führte der eben auch hier die kameraarbeit übernahmen und ja dementsprechend ist das ganze nicht ganz klar überliefert wer denn hier wirklich dann der offizielle regisseur war denn beide arbeiteten hier nur mit einem pseudonym ja der film also vor allem mit killing birds ist eher so ein mix aus zombie tierhorror ghost house after death ist tatsächlich wirklich ein reiner zombie film und bei killing birds haben wir zum beispiel lara wendel mit dabei die vielleicht den ein oder anderen jalo fan aus das perfüm der dame in schwarz kennen könnten auch dieser film wurde 1989 in deutschland indiziert und wurde dann 2014 in deutschland wieder von vom index gestrichen ja und diesen diese beide filme werden jetzt in deutschland zum ersten mal auf blu ray hier exklusiv über eik media im in drei verschiedenen media books veröffentlicht wie ihr hier auch sehen könnt wir haben jedes media book mit einer limitierung von 333 stück das heißt pro film wird es circa 1000 exemplare geben und ich besitze bereits die älteren dvd veröffentlichungen und habe mir die filme jetzt auch aufgrund des der ankündigung gleich mal angesehen und möchte euch jetzt noch mein feedback da lassen so nachdem ihr jetzt über beide filme schon ein paar informationen bekommen habt möchte ich euch natürlich auch noch kurz meine beiden veröffentlichungen vorstellen beziehungsweise euch auch gern noch ein kleines feedback meinerseits mit geben denn ich habe jetzt die gunst der stunde genutzt als diese beiden filme angekündigt wurden jetzt in deutschland auf blu ray um mir die filme anzuschauen ich hatte die schon eine weile in der sammlung aber irgendwie bin ich noch nie dazu gekommen beziehungsweise hatte jetzt auch noch nie so wirklich lust auf diese beiden filme aber jetzt hat mich wirklich das fieber gepackt und ich dachte mir das passt jetzt perfekt jetzt kannst du die beiden filme mal anschauen um eben einfach herauszufinden ob man hier eine blu ray braucht oder nicht ja ich würde sagen wir starten mit dem ersten titel und zwar hier after death beziehungsweise eben zombie 4 diese wunderbare hardbox oder diese dvd veröffentlichung stammt aus dem jahr 2009 also hat auch schon 15 jahre auf dem buckel die dvd qualität war in ordnung es ist definitiv keine vrs qualität aber es ist jetzt auch nichts weltbewegendes ja was ist da jetzt an dieser veröffentlichung schon ein kleines highlight wir haben hier schon beide fassungen mit dabei wir haben nämlich zum einen die original us export version mit 89 minuten aber auch die originale italienische version mit 81 minuten mit an bord die eine version im 16 zu 9 format die andere im 4 zu 3 format ich habe mir die us version angeschaut weil sie eben einfach ein bisschen länger geht und ich einfach auch diese 16 zu 9 format bevorzuge und wie mir jetzt der film gefallen hat möchte ich euch jetzt natürlich auch noch mitteilen also ich habe mich wirklich sehr auf den film gefreut und musste leider dann feststellen dass es wirklich jetzt so langsam schluss ist mit den zombie filmen die in beide filme stammen ja aus dem zeit ende der 80er jahre und man merkt hier schon man wollte halt irgendwie doch nochmal auf die welle der zombie filme aufspringen hat das aber meiner meinung nach nicht mehr geschafft ich habe auch so ein bisschen dann noch im internet recherchiert und die beiden filmen sind ja nicht so gut bewertet und ich kann es auch wirklich nachvollziehen vor allem bei diesem film ist es wirklich sehr skurril wir haben hier wirklich laufende springende zombies die rumhüpfen man fühlt sich wie wenn man irgendwie in einem karate film oder so einem ninja film wer nennt einige zum bis sind so ganz schwarz gekleidet und hüpfen dann über steine und mauern und keine ahnung also es ist wirklich ja bisschen komisch das ganze natürlich in der neueren zeit ist diese schnellen bewegungen der zombies normal geworden aber wenn man so die alten filme anschaut ist es doch eigentlich eher so dass man die zombies als langsame untote ja kennt und das war jetzt in dem film irgendwie ein bisserl absurd apropos absurd der film an sich hat jetzt auch nichts wirklich sehenswertes zu bieten wie ich finde zumindest wird hier kurz so erklärt wie diese zombies so ein bisserl auch entstanden sind es geht hier wieder alles auf einen voodoo fluch zurück der am anfang des films kurz gezeigt wird aber ja leider hat der film in seinem ganzen gesamtwerk nichts wirklich spektakuläres zu bieten die zombies sehen nicht wirklich spektakulär aus die kill szenen waren ja ich sag mal noch das beste vom film die schauspieler waren jetzt auch nichts wirklich weltbewegendes und im großen und ganzen würde ich dem film wahrscheinlich jetzt so ja zwei von zehn punkten geben also es war leider zum nachhinein eher eine kleine enttäuschung nichtsdestotrotz ich bin froh dass ich jetzt die gelegenheit nutzen konnte den film einfach mal zu sichten die hardbox wird auch bei mir in der sammlung bleiben aber ich denke mal hier werde ich persönlich auf eine blu-ray verzichten ja und dann kommen wir noch zum nächsten film und zwar eben zu diesem hier killing birds also zombie 5 und auch bei dem film bin ich natürlich mit sehr großen erwartungen rangegangen also man muss natürlich schon sagen es ist ein trash film es ist ein joe damato film aber ich mag ja so die filme von joe damato und deswegen war dieser film natürlich für mich irgendwann pflichtprogramm und joe damato hat hier die kamera geführt und gewisser weise auch die regie aber auch dieser film konnte mich persönlich nicht überzeugen auch dieser film zählt zu den definitiv schlechtesten zombie filmen in anführungszeichen die ich bisher gesehen habe ja auch hier ist eigentlich nichts besonderes in dem film außer dass wir eben eine vom von der vom cast her mit laura wendel einigermaßen was geboten bekommen aber die schauspielerische leistung fehlt trotzdem also auch hier ist nichts irgendwie sehenswertes da ich fand zum beispiel diese eine szene in dem in dem bus mit den zombies die fand ich eigentlich ein bisschen ja oder da hat man sich wirklich was überlegt die war relativ atmosphärisch aber trotzdem der film dauert ja auch glaube 91 minuten und auch hier es zieht sich halt wie auch bei after death ja die im hardbox ist tatsächlich noch ein paar jahre älter wie die von zombie 4 die stammt nämlich aus dem jahr 2001 und war auch in deutschland bisher die einzige version die die uncut fassung hier mit an bord hat also diese ungekürzte export fassung man kann sich auf youtube die normale fassung anschauen die glaube ich geht so 89 minuten die ist auch hier mit drauf die ist dann im 4 zu 3 format und ich habe dann kurz mal die so durchgezippt und es fehlen hier halt einfach diese blutigen sehnen und auf der export version sind hier ein paar sehnen dann noch eben ein bisschen blutiger dargestellt an und für sich für die heutige zeit nichts spektakuläres nichts desto trotz als filmfeld will man halt doch irgendwie die ungeschnittene version haben und die hat man bisher nur lediglich in dieser hardbox bekommen dementsprechend ist es jetzt auch ganz schön dass der film jetzt nochmal ungeschnitten in deutschland erscheint und auch einem breiteren publikum zugänglich gemacht wird aber wie gesagt auch hier würde ich wahrscheinlich auf ja zu zwei von zehn punkten gehen auch dieser film hat mich leider sehr enttäuscht das heißt im endeffekt ich habe beide filme jetzt gesehen ich bin froh beide einfach in der sammlung zu haben denn zum einer sei zum einen ist natürlich after death ein film aus dieser zombie welle und killing birds einfach ein joe damato film ich brauche aber beide filme nicht auf blu ray denn hier reicht für mich persönlich einfach eine sichtung die dvds waren beide in ordnung auch hier nichts weltbewegendes bei killing birds aber ja ob hier die blu ray qualität den film verbessert wage ich zu bezweifeln ja jetzt ist natürlich auch oder würde mich auch noch interessieren kennt ihr die beiden filme habt ihr die beiden filme bereits in der sammlung wie findet ihr denn die filme haben die euch gefallen sagt ihr hey ich habe da noch erinnerungen an früher oder sagt ihr ne ich bin da auch deiner meinung die filme sind ja leider ziemlicher müll und werdet ihr euch die blu rays holen ich denke mal ich finde es persönlich schön dass die filme jetzt auf blu ray erscheinen auch wenn ich mich jetzt dafür entschieden habe die filme nicht zu updaten aber ich denke mal es gibt trotzdem ein paar fans unter euch die hier zuschlagen werden und dementsprechend ist es auch wirklich eine schöne sache ja das war's mit meiner kleinen review ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beziehungsweise hören uns dann beim nächsten mal hier auf meinem kanal filme vor live also servas